Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video von mir. Ich habe heute 5 Tipps für Wellensittich-Besitzerinnen und Besitzer. Tipp Nummer 1. Wellensittiche lieben fließendes Wasser. Genau wie Katzen mögen es auch Wellensittiche, wenn man ihnen einen Brunnen zur Verfügung stellt. Aber das Besondere an solch einem Brunnen ist, ein Wellensittich badet sich sehr, sehr gerne darin. Das heißt also, wenn ihr euch euren Lieblingen was Gutes tun wollt, dann stellt ihr euch irgendwo in die Nähe einen Brunnen. Da gibt es ja ganz billige schon. Da könnt ihr euch dann praktisch drinnen wülzen und es ist auch sehr, sehr gut für die Gefiederpflege und kostet auch nicht recht viel. Tipp Nummer 2. Achtung beim Futterkauf. Die braune Hirse ist nicht sehr gesund für Wellensittiche. Leider ist die Mutter von meinem letzten Wellensittich an solch eine Hirsekörner gestorben. Weil da waren nämlich Eier von Viechern drinnen. Also bitte passt auf, besorgt sie einen lieber Andereichsfutter oder bloß keine braune Hirse. Tipp Nummer 3. Aufpassen beim Spielen. Wellensittiche sind bekannterweise sehr, sehr verspielt. Sie klettern gerne und sie lieben es, wenn sie ihren Menschen lieben, mit ihm oder ihr zu spielen. Wenn ihr aber so im Spieltrieb seid, mit euch rentieren und ihr merkt schon, appala, dem wird es langsam aber sicher zu viel, dann brecht es sich ab. Weil nicht, dass er sich dann umso mehr hineinsteigert. Gerade beim Männchen ist das eine ganz große Gefahr. Und schließlich, Moment, schließlich habe ich noch ein, noch zwei Tipps für euch, der eine ist. Lass die Tiere in Ruhe, wenn sie ihre Nachrichten 10 Minuten haben. Und ich weiß es noch von mir, weil jetzt der Wellensittich, der hat in der Früh immer gleich nach dem ersten Mal fliegen, seine Nachricht schon 10 Minuten gehabt. Da hat er sich gerade, da hat er geschrien ohne Grund, geschimpft. Und ja, redet die Tiere, wenn sie die Zeit haben, nicht an. Lasst sie es in Ruhe, könnt sie es filmen oder was auch immer. Aber sucht sie keinen Kontakt mit ihnen. Weil alles, was ihr macht, also wenn ihr zum Beispiel spielen wollt mit ihnen oder was auch immer, wenn die 5 bis 10 Minuten, regt sie nur mehr auf und dann, die sind dann so wahnsinnig gestresst. Lasst sie es in Ruhe und beschäftigt sie euch danach mit ihnen. Weil, wenn sie diese 5 bis 10 Minuten haben, dann sind sie unberechenbar und, tja, ich kann nicht ein Lied davon sehen, was dann passieren kann. Und schließlich der letzte Tipp, Schlafritual. Bevor ihr eure Wellensittiche zudeckt, also den Käfig zudeckt, machen manche Leute den Fehler und sagen ihnen noch Gute Nacht. Wellensittiche verstehen uns nicht, wortwörtlich. Die wissen noch, ob der oder die hat jetzt gerade was zu mir gesagt und reagieren dementsprechend. Lass es zur Ruhe kommen, Decke drüber und gut ist. Und noch ganz wichtig, es darf kein elektrisches, also es darf wie der Fernseher noch Radio im Vogelzimmer sein. Denn auch das weckt die Tiere auf und dann können sie dann nicht schlafen. Und des Weiteren, da sollte im Vogelzimmer nicht geraucht werden. Der Nikotingestank und Tatea und was da alles in der Luft ist, ist extrem schädlich für die Tiere. Ich wünsche euch noch einen schönen Doppelraum, die noch die, was euch das Video anschaut. Danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben, ein Abo und natürlich eure Kommentare. Ich will mich sehr, sehr freuen. Bleibt's cool und gesund. Euer Mike Ich will mir auch dort ein unterstütz. Ich will mich, so Pens button schief. Ich will mich, so vibriolen.